So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Blick in CEF. Das ist Freitag, das heißt, wir stellen Ihnen den neuen Aktionär vor und Sie sehen es schon, Tech rocks. Und das ist absolut richtig, das ist das, was wir momentan sehen. Selbst im laufenden Jahr ist ja noch relativ jung, der Tech-Sektor zieht schon wieder kräftig durch und das Ganze wird unterstützt durch die entsprechend guten Quartalsergebnisse der Unternehmen, beispielsweise eine Apple, die wir gesehen haben, Tesla, die wir gesehen haben, Facebook, die wir gesehen haben, Netflix natürlich auch, die wir schon gesehen haben. Also von daher, es läuft und das treibt den Sektor an. Es gibt natürlich noch weitere Themen. Wir haben vom Kollegen Küffner einen wirklich sehr interessanten Dividendentitel, 5% Dividendenrendite und gleichzeitig die Aktie noch günstig bewertet, KGV 9, die haben wir mit im Innenteil. Wir haben uns natürlich mit Small Caps in Deutschland beschäftigt, der Kollege Schröder, und sagt Ihnen da, wo Sie noch zugreifen können. Wir hatten hier oben, ich habe es gerade angesprochen, Netflix, Showtime, Klassezahlen, wie geht es weiter. Wir haben IPOs, Roblox unter anderem, die an die Börse gegangen sind und sagen, ob Sie da zugreifen sollen oder besser vielleicht die Finger davon lassen. Und wir haben auch noch ein heißes Top-Duo aus China, aus dem Biotech-Bereich. Und da haben sich die Kollegen Schlegel und Döpke ebenfalls mit auseinandergesetzt. Natürlich, wir kommen um dieses Thema nicht herum. Es wird auch immer größer. Die Aktien GameStop, AMC etc. pp., die momentan für Furore sorgen, weil hier ganz einfach auch vielleicht sogar so eine Art Kulturkampf ausgebrochen ist. Tja, Technologie, ich habe es ja gerade angesprochen. Wir sehen sehr gute Zahlen auf der einen Seite von den Unternehmen, auf der anderen Seite natürlich auch viele Kritiker, die sagen, naja, schaut euch doch mal die Kursbewegung der vergangenen Monate, vielleicht sogar Jahre an, die durchaus auch zu Recht darauf hinweisen, ja, die Bewertung ist natürlich deutlich gestiegen. Das große Aber an der Geschichte ist, es ist fundamental gerechtfertigt. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, wir befinden uns in einer Aufwärtsbewegung im Markt und da werden ohnehin höhere Bewertungsniveaus akzeptiert, weil man sagt, okay, die Unternehmen wachsen ja auch stark. Das Ganze wird jetzt auch noch durch die entsprechenden Konzerne, die dann ihre Zahlen vorlegen, bestätigt. Also auf der einen Seite, ich glaube nicht, dass es momentan ein Problem ist, wenn man sagt, wir liegen meinetwegen 15 oder 20 Prozent über dem historischen Bewertungsniveau, denn ich bin lieber in einer Aktie unterwegs mit einer hohen Bewertung KGV 30, meinetwegen auch 35, 40, ja, von der ich allerdings auch weiß, das Unternehmen wächst stark, ist erfolgreich in seinem Segment und wenn man das Ganze ein paar Quartale nach vorne sieht, dann wird es eigentlich immer nur noch besser, als dass ich irgendwo ein vermeintlich günstiges Unternehmen mit einer vermeintlich günstigen Bewertung abgefischt habe, um dann festzustellen, tja, da passiert ja überhaupt nichts mehr. Also ich glaube, das muss man schon deutlich unterscheiden und das ist auch der Grund, weshalb wir sagen, ey, wir haben die Rallye, sie dürfte weitergehen, wir haben den Dip natürlich zur Wochenmitte gesehen, es ging kräftig nach unten, es gibt immer verschiedene Gründe, weshalb der Markt dann mal kurz durchatmet und dann kommen sofort auch wieder diejenigen aus ihren Häusern gerannt, die sagen, wir haben es immer gewusst, das ist das Ende der Rallye und der Anfang eines Bärenmarktes. Nein, ist natürlich noch nicht so weit und wie lange sich dieser Aufschwung fortsetzt, vermag ohnehin niemand seriös zu sagen. Aber die Anleger stehen natürlich vor der Frage, wo soll ich denn dann investieren, was ist denn teuer, wo kann man denn vielleicht tatsächlich noch was mitnehmen und wo kann man überlegen, selbst da einzusteigen, wo es dann vermeintlich teuer ist. Und deshalb haben wir letztendlich drei verschiedene Bereiche erstellt. Wir sagen, okay, es gibt fünf Aktien, die nennen wir einfach die Etablierten. Das sind Unternehmen wie beispielsweise eine Microsoft, wie eine Alphabet, aber auch andere, von denen wir glauben, sie sind gesettelt, sie sind relativ günstig. Die gibt es morgen in jedem Fall auch noch, die werden weiter wachsen. Nicht ganz so spektakulär von der Kursentwicklung, keine Frage, aber natürlich für diejenigen, die Technologie auch vielleicht, ich traue es mich gar kaum zu sagen, konservativ spielen wollen, für die ist das dann genau die richtige Geschichte. Dann gibt es einen zweiten Bereich, die Herausforderer, wo die Bewertung schon sicherlich etwas höher ist, die dann auch vielleicht aus dem einen oder anderen Grund schon jetzt nach oben schälen in ihrem eigenen Markt, die nach oben kommen und sagen, okay, wir greifen jetzt die Etablierten ganz einfach mal an mit interessanten Geschäftsmodellen, Geschäftsmodellen, haben wir ebenfalls noch fünf rausgesucht für sie und dann natürlich das, was auf dem Titel steht, der Hotshit. Das sind dann wirklich Werte, wo man vielleicht das, was man gerne macht als Anleger, natürlich immer irgendwie sich die Bewertung anschauen, sein lassen sollte, weil es keinen großen Sinn mehr ergibt. Das sind Momentum-Aktien, die, die getrieben werden vom Markt. Nein, es ist keine GameStop dabei, es ist auch keine AMC mit dabei. Es gibt noch andere Aktien, bei denen die ebenfalls Momentum-Plays sind, aber bei denen die Bewertung nicht so ausufernd ist. Beziehungsweise bei denen nicht eine bestimmte Gruppe von Anlegern momentan gezielt dafür sorgt, dass die Kurse nach oben gehen. Also von daher eine sehr interessante Mischung, 15 Werte. Da wird auch jeder was dabei finden. Und ja, kann dann weiter so gehen, meiner Meinung nach. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Ausgabe für Sie zu schreiben. Der Kollege Deutsch, der ist im Urlaub. Also nicht, dass Sie denken, um Gottes Willen, das wird jetzt immer hier so langweilig mit dem Weiß. Nein, der ist im Urlaub, der wird auch nächste Woche wieder mit dabei sein. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wie gesagt, die Ausgabe hat sehr viel Spaß gemacht für Sie zu schreiben. Wir hoffen natürlich, Sie haben Spaß beim Lesen. Und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.